Ja. Ja, das ist ein bisschen mehr. Da gehst du weiter raus? So, ja. Ah, Tobi? Ja, ja. Das geht voll daneben, glaube. Ah, komm an! Was tun von dir? Warum hab ich am Oberschenkel? Bitte? Warum hab ich am Oberschenkel? Genau. Jo. Ich habe jetzt ein Tor. Okay. Ja. Ich habe jetzt noch ein Tor. Okay. Ja. 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 Ich glaube, ich bin einer. Oh. Okay. Jetzt habe ich scheiß Füße genommen. Das ist noch nicht. Halt den Stich? Ja, ich glaube, sie sind doch wohl in Baustücken. Ja, die einfachsten Schläge sind immer der Rupa. Die Stich sind nicht gedeckt. Oh, der war schön. Der hat nicht mal eine gute Fußstelle. Die Stich sind nicht gedeckt. Ja, das ist so schön. Ja, das ist so schön. Und jetzt kommt der Karte. Ja, das ist so schön. Das ist so schön. Das war als Full-Risk. Ja. Das hat mir auch einfach nur diese Zentimeter gefeift. Ja, scheiße. Oh, nice. Jetzt sind wir die Unterhalber raus. Gibt's doch nicht. Ich merke langsam, wie die Kette hier ist. Ah, okay. Jetzt gehen wir uns einfach ran nach dem Treffer, wenn wir uns wieder hier öffnen. Okay. Dann nehme ich es noch hin. Das war's. Ich hab mir ein Schild gebeten. Das war einfach unabsichtlich. Ja, hier wollte ich den Treffer. Sorry, falls es nicht zu fest war. Ich bin hier ziemlich ordentlich im Kopf. Also schön, natürlich. War schon gut. Ich bin hier ziemlich ordentlich im Kopf. Also schön, natürlich. War schon gut. Ja. Okay. Blatt. Ja, da habe ich sie nie. Nein, warum komme ich da nie durch? Schön. Na, warte. Das war doch zumindest ein Schildschlag. Ich bin nicht mehr fast. Was ich machen wollte, ist es einfach nur immer hoch. Ich wollte einfach nur drauf. So hoch wäre es sonst ja richtig. Ja, ja, aber mir ist es nicht ganz gut. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Dann gucken wir uns ja noch mal wieder. Das war schon mal. Das war das auch. Da vähän, ja. Danke schön. Das war schön. Das war schön. Das war so schön. Doppelte Fimper! Biu-Biu! Biu-Biu! Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du sein? Bist du? Naja Zumindest war's das Gitterc Ich hätte das Gefühl, den hätte ich auf dem Kopf eigentlich treffen können. Ja. Hätte ich dahin gezielt. Was hab ich da jetzt für einen Kack gemacht? Ne, ich werd's auf dem Video sehen. Ja, hier vorne drauf.